Also mich interessiert jetzt mehr mal der Vergleich zwischen der bayerischen Cloud, Bayerische Schul-Cloud Mavis, und der HPI-Cloud, die ist vom Bund aus Berlin, die ist neu. Und dann noch so ein bisschen der Marktführer weltweites Google Classroom Nummer 2 ist Microsoft Teams, die sind in dem kommen, die wollen auch rein in die Schulen, das ist gerade recht spannend. Es gibt Moodle, das ist dann im Gegensatz zu den Amerikanern eine Open-Source-Geschichte, wird weltweit ganz häufig benutzt, kann man sich auf seinen eigenen Server schmeißen. Es gibt auch Nextcloud, so wie man das von Dropbox und Drive kennt, eine echte Cloud, also Online-Storage, und das ist auch Open-Source, völlig frei, kann jeder nutzen. Und LibreOffice, also so wie es Word Online gibt, gibt es auch jetzt LibreOffice Online. Und die Idee der Schul-Cloud aus Berlin war, wir packen das hier zusammen und machen eine Schul-Cloud, wir nehmen so diese Elemente und bauen damit eine schöne Schul-Cloud. Wir in Bayern sind einen anderen Weg gegangen, wir haben nur Moodle genommen und haben das Moodle verändert und haben damit jetzt unsere Cloud. Und uns fehlt jetzt eine echte Dateiablage, uns fehlt ein Online-Office. Es gab schon Pläne, das zu machen, die haben sich, ich weiß nicht warum, verzögert und jetzt kam Corona und wir stehen dumm da. Wir sind natürlich im Vergleich zu der Berliner Cloud, stehen wir so ganz dumm da. Und das sieht man, wenn man da reinklickt, hier sind wir, genau, das ist jetzt die HPI Schul-Cloud aus Sicht des Schülers. Also wenn man da auf die Seite geht, genau, gehen wir mal zurück, ja, zurück, zurück, HPI Schul-Cloud irgendwie suchen. Auf der Seite gibt es da unten die Möglichkeit, sich als Schüler und als Lehrer einzulocken. Und das ist die HPI Schul-Cloud, die haben immer wieder neue Features aus Sicht des Schülers und er hat bei der Übersicht gleich mal einen Stundenplan und seine ganzen Aufgaben. Also gerade in Corona-Zeiten total wichtig, was muss ich wann tun? Und dann noch da unten irgendwelche Neuigkeiten. Die Eltern und Schüler beschweren sich über E-Mail-Chaos und sowas. Anders, unser bayerisches Moodle-Mebis. Wenn der Schüler jetzt hier so auf die Lernplattformen geht, dann hat er schon seine, zurück, ja, da bin ich. Ja, tut sich ein bisschen schwer. Ja, obwohl es am Abend ist. Also wenn er auf die hier, also der Schüler hat hier so Lernplattformen, das ist der, es gibt Mediatheken, Prüfungsarchiv und so weiter. Ja, eine Lernplattform und das ist hier Physik 9c, das habe ich jetzt für diesen Musterschüler angelegt und hier findet er seine Physik-Sachen. Aber da ist jetzt hier so ein, muss er irgendwas abgeben, ja, hier muss er was abgeben, da unten muss er was abgeben, gibt es vielleicht auch Termine. Aber das sieht der Schüler nicht, da gibt es hier keine Übersicht, wo er das schön sieht. Und weil nicht alle Lehrer Mebis nutzen, sondern manche machen Mail, manche machen Mebis, müsste der Schüler jetzt sich irgendwo anders notieren, wann muss ich was wo abgeben. Sehr unglücklich, also kein Vergleich, ja, zu dieser, also ganz anders, zu der Schul-Cloud, wo es nicht nur, also das, was ich gerade gezeigt habe, das wären Kurse, genau. Also das, was in, ja, hier habe ich auch meinen Biologie-Kurs, Physik-Kurs, also ich kann es auch in Mebis bunt gestalten, das geht schon. Ja, aber ich habe neben diesem Teil, den ich in Mebis und Moodle habe, habe ich eben auch noch meine Teams. Und da hat der Schüler hier, ist schon mal, ich bin im Lehrerteam, aber der Schüler sitzt genauso, Moment, als Schüler einloggen, sehr ähnlich. Ja, genau, der Schüler hat auch Teams, der Schüler hat die Klasse 9a und ich vermute, da könnte man auch Schulorchester oder sowas machen als Team. Und der Schüler hat auch seine Kurse, ja, Biologie, Physik, Mathe. Und der Lehrer hat auch seine Teams, der Lehrer hat jetzt zum Beispiel die Eltern, das Eltern-Team, klickt dann mal drauf. Ja, das ist ja die Demo-Version, geht manchmal was nicht. Aber, also das Schöne an der HPI-Schul-Cloud ist, ich kann Eltern als Gäste zuweisen, kann an der Stelle, ja, wo jetzt gerade hier so eine Fehlermeldung ist, habe ich schon gesehen, da gibt es gemeinsame Dateien, gemeinsame Termine und so ein Chat oder sowas. Also genau das, was ich brauche. Auch wenn ich mit externem Partner, wenn ich die einbinde in ein Seminar-Thema, dann kann ich das hier machen. Und das gibt es hier alles nicht, in diesem klassischen bayerischen Moodle. Also keine Möglichkeit, ich darf Eltern nicht zuweisen, ich muss mit den Eltern immer irgendwie anders kommunizieren. Also da merkt man, da liegen Welten dazwischen. Jetzt bin ich wieder bei den Lehrern, genau. Ich habe hier nochmal gesammelt die Aufgaben, die ich verteilt habe und der Schüler sieht die Aufgaben, die er gekriegt hat. Und hier ist dann die echte, also die echte Cloud, also wo man irgendwelche Dateien ablegt. Meine Dateien, hier so. Und ich kann die ablegen, ich kann hier was sehen, das sind lauter JPEGs. Und wenn ich aber auf die Suche gehe, ich finde hier, ich glaube hier ist es, dann gibt es ja auch Textdateien. Gehen wir mal auf Deutsch, da kommen üblicherweise Textdateien. Und jawohl, hier ist eine .docx-Datei. Und die kann ich online öffnen. Also da öffnet sich LibreOffice Online. Das ist nicht so schön, wie ich das jetzt von Google kenne, aber vielleicht bin ich es auch nur nicht gewohnt. In dem klassischen Moodle-Mabes geht es nicht. Ich kann die Datei hochladen, runterladen, Ende. Ich kann die nicht online bearbeiten. Da merkt man eben, dass die da was zusammengebaut haben. Das kann der Schüler auch. Und habe natürlich meine Neuigkeiten und meine Termine und so weiter. Interessant ist der Lernstore. Da wollen sie wohl, dass sich Lehrer austauschen, Inhalte teilen. Also das wäre ganz wichtig. Warum muss jeder Lehrer in ganz Deutschland immer wieder das Gleiche machen? Und wenn ich mich bei MEBIS als Lehrer einlogge, gibt es auch die Möglichkeit, ich kann Kurse, so mein Physik zum Tausch anbieten, wiederholen. Aber es lebt nicht richtig. Es ist ein bisschen sperrig. Bis ich da was finde, mache ich es lieber selber. Das ist natürlich die Gefahr, dass es hier genauso ist. Dieses, bis ich hier was finde, gehe ich lieber in Google und suche es in Google oder YouTube. Mal schauen. Es ist aber ein bisschen bunter. Mal schauen. Ja, hier ist die Schulcloud nochmal aus Schülersicht. Auch Lernstore. Da soll der Schüler auch was finden. Beliebte Inhalt. Wie designe ich? Wie programmiere ich? Also so Lerninhalte. Jetzt in Konkurrenz. Wenn ich jetzt den Marktführer Google anschaue, die haben leider keine so schöne Demo-Version. Wenn ich hier die Werbung angucke, sieht man mal schöne Bilder, glückliche Kinder. Also was die natürlich haben, Google Meet, die haben diese Online-Apps wie Gmail, Google Drive, Kalender und die funktionieren schon sehr, sehr schön. Sind leicht zu erklären, wenn man einem Kollegen, der noch nicht viel damit zu tun hat, mal Google Forms erklärt. Drei Klicks, der ist drin. Google Meet ist eben so Video-Unterricht. Habe ich schon mal probiert. Es geht einfach glatt. Wenn alles andere nicht geht, Google geht immer. Und das hätte man kostenlos. Dagegen, ja. Aber so mein Bauchgefühl, ohne so wirklich, ohne damit, ich kenne nur Mebes richtig, also mein Bauchgefühl, die HPI-Cloud kann vermutlich nicht ganz mithalten, aber das ist schon so halbwegs eine Liga. Es ist nicht irgendwie zwei Liga weniger. Und Microsoft Teams ist ähnlich. Die Punkten mit, die haben ihr Word, haben sie online gestellt und viele lieben einfach dieses Word. Und wollen deswegen unbedingt mit Microsoft arbeiten. Und dann geht es natürlich Zusammenarbeit, Kommunikation. Irgendwie sind sie alle ähnlich. Und ich gebe der HPI-Cloud eine echte Chance. Mebes nicht. Also so wie Mebes läuft, nö. Ist einfach viel zu wenig. Jetzt noch so ein paar Kommentare. Ich habe Kontakt zu verschiedenen Ländern über Erasmus. Also die arbeiten mit Google. Es ist kostenlos und super. Die arbeiten, die Belgier, die Schule, die ich kenne, arbeitet auch mit Google. Und die arbeiten mit Microsoft Teams. Warner weiß ich nicht, aber soviel ich weiß, Google. Also das ist so, außerhalb von Deutschland wird natürlich ganz viel mit Google Classroom gearbeitet. Wir machen aus Datenschutzgründen, machen wir es nicht. Tapfer, ja, also löblich. Und dann ist es auch noch so, dass da jeder irgendwie seine eigene Cloud hat. Strategisch wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir langfristig, also nur so eine Idee, wenn wir langfristig, wir haben auf der Seite China, wir haben auf der Seite die USA. Ja, England ist nicht mehr dabei. Wie wäre es denn, wenn wir so als Europäische Union gemeinsam versuchen würden, eine Cloud zu bauen? Also jetzt, wir kriegen es im Moment nicht mal mehr hin, als Deutsche uns zu bündeln. Ja, aber eigentlich, um gegen USA und China anzustinken, jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, fehlt uns die europäische Perspektive. Aber das ist nur so meine persönliche Meinung. Ja, also hier habe ich, könnte ich ein bisschen zeigen, wie toll Google Drive ist, aber das weiß jeder. Das will ich auch überspringen. Das ist wichtig. Das ist die Situation unserer Schule und das ist typisch. In Corona-Zeiten gibt es natürlich, wir arbeiten mit Mail, weil Mebis ist gut, aber bietet zu wenig. Das, was Mebis, also ich selber war von der Situation völlig frustriert und habe in den Osterferien drei Wochen nach Corona-Start in den Osterferien alles mal liegen gelassen und bin Rennrad gefahren. Und zwei Kollegen haben die Osterferien viele, viele Zeitstunden reingehängt und haben dieses Tool zum Laufen gebracht. Ja, das ist also nicht mein Verdienst, das Verdienst der Kollegen. Das nennt man es Homeworker. Das ist ein kleiner mittelständischer Unternehmer und der bietet genau das, was Mebis fehlt, nämlich die Schüler haben so einen Überblick. So, toll. Und da kann man ja auch reinschreiben, gib mal das bei Mebis ab. Das funktioniert. Die Schüler haben im Homeworker auch einen Terminplan, der mit der Schule vernetzt ist. Das ist ziemlich gut. Da kann man auch irgendwo sagen, mach eine Mail oder so, das funktioniert. Und das haben die zum Laufen gebracht. Und dann haben sie VIKOLE zum Laufen gebracht. VIKOLE hat diese Nextcloud, die ich vorher erwähnt habe. Nextcloud, die da bei Mebis fehlt. Und VIKOLE hat Video. Ein sehr schönes Tool zum Video unterrichten. Also genau das, was bei Mebis fehlt. Wir kriegen VIKOLE kostenlos. Ein Mittelständer, der probiert das mal aus. Aber vielleicht will der langfristig in den Markt. Und hier, das hat die Stadt München organisiert. Das zahlt die Stadt München. Jetzt hat die HPI-Cloud, also das, was wir jetzt da so haben, ist für den Schüler ein bisschen lästig. Der muss sich hier eins, zwei, drei, der muss so mehrere Sachen ab. Aber es geht schon. Die HPI-Cloud hat hier so alles gemeinsam. Das heißt, würden wir die HPI-Cloud nehmen, Mebis würde wegfallen. Da weine ich jetzt keine Träne nach. Aber das würde auch wegfallen. Und da steckt dieser Mittelständer dahinter. VIKOLE würde wegfallen. Das wäre auch irgendwie schade. Jetzt Mail ist kein Problem. Es gibt schon Leute, die sind echt sauer, weil die HPI-Cloud kriegt Steuergelder. Also mit vielen Steuergeldern wird was in den Markt gedrückt. Was da kleine Lösungen vielleicht kaputt macht. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, nö, wir bleiben bei diesen kleinen Lösungen. Wir stehen als Schule relativ gut da, weil eben die Stadt München zahlt, weil Kollegen nicht Rennradfahren waren, so wie ich, sondern sich reingehängt haben. Und das ist, ja, das ist ein interessantes Thema. Das lasse ich einfach so stehen. Mir fehlt bei dem Ganzen, bei der ganzen HPI-Cloud noch so ein bisschen die Perspektive. Das ist ein Buch. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute hoffen, dass Corona schnell vorbeigeht und wir sind zurück im Buch. Das Problem ist, wenn der Schüler eine Aufgabe hat, ich darf ihm die Lösung eigentlich nicht schicken. Also ich darf die nicht fotografieren und digitalisieren und ihn da irgendwo auf die Cloud hochladen. Woher weiß der Schüler, ob es stimmt? Wenn das, also ich sage klar, das Buch gehört in die Cloud, komplett. Ja, also nicht nur so ein bisschen, die Leute wollen Bücher und dann wollen sie da so ein bisschen eine Ergänzung dazu. Aber nee, das muss komplett hoch, damit der Schüler hier so einen Knopf hat, da drückt er drauf und dann hat er die Lösung. Um dieses Thema spannend zu machen, ist hier so ein Beispiel mit Streichhölzern. Wenn mir das nicht gefällt, suche ich. Jeder Lehrer geht auf YouTube, geht auf Google und sucht schöne Ideen, anschaulich, wie mache ich es. Wenn das ein Online-Buch in der Cloud wäre, dann wäre hier so ein Knopf. Aktuelles Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Genau passend zu dem Thema, dem Lehrplan. Der Schüler, dem das zu schwer war, der hat einen gelben Knopf. Erklären wir es leichter. Dem Schüler, dem das viel zu leicht ist, hat einen orangenen Knopf. Ich will schwierigere Aufgaben. Der Schüler, der diesen Text hier nicht kapiert, der hat auch einen Knopf. Videoerklärung. Wenn er krank war und so weiter. Warum muss ich dem ein Online-Video erstellen, so wie ich gerade ein Video mache? Mache ich gern. Aber das genügt doch. Das muss doch nicht jeder Lehrer selber machen. Und da fehlt die Vision. Ja, also wir sind jetzt im Jahr 2020. Und das kann doch nicht sein, dass wir bis ins Jahr 2030 immer noch mit Papierbüchern arbeiten. Ich habe versucht, es mit Zeichnungen so klar zu machen, dass es sogar ein Politiker versteht, ein Bildungspolitiker, und habe das YouTube-Video Schule 2030 gemacht. Genau, zumindest probiert habe ich es.